Moin Moin, was geht ab, liebe Zöckler? Hier ist der Agri für euch am Start und jetzt gibt's erstmal wieder eine schöne gepflegte Runde. Deserts bei Kotz auf die Nase. Butz! Ja, wir spielen die Rasse Terraner. Diesmal. Und ey, krass, was ist das für ein cooles Bild hier. Sieht da locker aus. Ja, ähm, was haben wir vor? Ich will auf, ja, Ravens gehen. Habe ich mir hier mal so überlegt. Ravens und Widowmines. Mal gucken, ob das hier klar geht. Eigentlich läuft das immer nicht so gut, aber, ähm, ich hoffe, dass es diesmal ganz gut steil geht. Go, go! So, Upgrade to Tier 2. Machen wir erstmal. Jetzt hier schön die Kontenstreifen der Meer hier beim Newton Shuttle. Haha, sieht voll nice aus. Uh, so, Upgrade ist gleich fertig. Ähm, wir werden uns aber direkt das Gas noch dazu holen. So, Upgrade ist fertig. Und dann wollen wir gleich mal, oder wir könnten auch mal, äh, vielleicht machen nächste Runde dann mal Only Tanks wieder. So, gucken wir mal in die Middellane. Er geht hier auf Viper. Ich werde, wie gesagt, erstmal ein paar Widowmines machen. Okay, vom Gegner kommt auch nichts. Aber immerhin haben wir jetzt die Mittellinie. Kollege baut hier Stalker. Habe ich auch mal wieder Bock drauf, Massive Stalker zu bauen mit Blink. So, ein paar Sekündchen noch. Machen wir jetzt hier zum Beispiel Pavlovmines. Na, kriegen wir noch eine. Komm, Korb, gib die Kohle her. Reicht leider nicht aus. Bohrkrallen erforschen wir natürlich direkt. Zack. Damit sie schnell eingegraben sind. Schön. Das läuft. Die haben wir gut aus der Decke gehauen gerade. Okay, Reaper sind zu schnell. Aber ist auch gar nicht mehr meine Welle. Reaper gegen Reaper. Ein Angriffsupgrade. Auch ein Angriffsupgrade. So, dann machen wir direkt weiter mit Widowmines. Dann noch eine hin. Hier noch eine hin. Okay, jetzt hier Queens geholt. Boah. Ich bin hier aber auch hart ran genommen. Okay, jetzt ist es schon 1-1, mein Teammate. Packen wir noch eine Widowmine rein. Na, Zieloten zum Blocken wären schon besser. Oh, die stehen perfekt. Okay, doch nicht so ganz perfekt. Das ist die Kenne doch schon draußen, ne? Fick die Ziege, ja, natürlich. Da ist die dauernd die scheiß Kenne. Ne, wir wollten uns ja Ravens holen. Da warten wir aber noch so ein bisschen mit. Ich klebe mal so eine zweite Lane nochmal hin. Ein bisschen versetzt. So, wie du meinst, sind wir noch am Start. Wir schlagen sogar noch einmal ein. Ach, ja doch. Schön, immerhin. Ja, das ist natürlich ein schöner Master Stalker jetzt. Da kann er jetzt auf jeden Fall gut Druck machen damit. Jetzt einmal nach vorne blinken zur Kennen hin. Äh, zur Kennen, sei schon. Zum Bunker meine ich natürlich. Okay. Das wird natürlich jetzt nichts. Zum Panzerungs-Upgrade kurz dazu. Ach, was gräbt sich die Scheiße wieder aus? Mann. Okay, er hat jetzt Ken. Uncool. Richtig uncool. So, dann... Ähm... Ja, jetzt machen wir die erstmal nach hinten wieder. Die Lane, ein bisschen. Gehen wir da auch nochmal hin. Schön eine richtige Linie hier. Dann, äh... Corvette-Reaktor erforschen wir natürlich gleich noch dazu. Okay, ein Team hätte schon rausgegangen. Komm, Corvette. Und dann stellen wir mal die Bomben aus erstmal. Und die Verteidigungsträume auch natürlich. Na, stellen wir die Bomben doch mal kurz an. Die chillen jetzt hier hart. Äh, hau doch auch mal da so eine Bombe hin. Boah, ist das nervig. Ist das nervig. Okay, jetzt habe ich da auch so eine Bombe. So, noch ein... Raven. Und das Upgrade hier mal machen. Okay, Schwarm wird es dann auch schon am Start. Das ist witzig. Wir müssen da hin, da ist der Schwarm geht. Der Luach, der alte. So, noch ein Raven. Na, dann wird um meinen Schlang nicht mehr ein. Ah, da kommt ja schon die nächste Batterie Ravens. Boah, die graben sich mal ein und aus. Und die sollen mal hier mal richtig was weglachsen hier. Mann, Mann, Mann. So, geht doch. Geht doch. Da sammeln sich jetzt schön viele Ravens. Muss das sein? Machen wir mal kurz die Bombe hier an. Haben wir noch Energie? Nö. Haben wir nicht. Aber leider, nein. Leider, nein, leider nicht. Leider gar nicht. Keine Energie. So, noch eine bitte mal. Es sieht aber schon verdammt scheiße für uns aus. Muss ich echt sagen. Aber das ist die Kombo, die macht einfach Spaß zu spielen halt, ne? Soll ja auch Spaß machen. Gewinnen ist natürlich auch immer schön, aber Hauptsache man hat richtig viel Spaß. Spaß beim Zocken. So. Jetzt müssen wir vielleicht uns langsam auch mal so ein paar Tanks holen. Aber erst mal weiter noch Ravens. Hier, der muss weg hier. Schön. Ah, schön. Oh, oh, oh. War ein Traum. Alles vollgepackt. Boah, schön, die Videos. Haben gerade die beiden Tanks da hart dran genommen. Bam, den ist auch noch weg. Und was jetzt? Wir bleiben einfach bei Ravens. Wird wahrscheinlich gleich schon vorbei sein. Mal Panzerung draufhauen. Boah, das ist wie ein Feuerwerk hier. Na, ha, schön. Tanks bleiben am Start. Äh, Tanks sage ich schon. Mal ein Upgrade draufhauen. So, und noch eine Widow mein. Ja, da sammeln sich jetzt so viele Ravens. Richtig hinbar. Schalten wir mal die Bombe direkt wieder mit an. Na, das sieht gut aus. Die wurden hier einfach eingekreist, ne? Die Kollegen, die machen hier wirklich Party. Die tanzen hier mit der Widow mein. Nice. Schönes Ding, ey. Und was jetzt? Richtig geil. So, schalten wir die Bombe erstmal wieder aus. So, und gleich holen wir jetzt noch Tanks dazu. Jetzt langsam genug Block haben. Bomben wollen wir an. Ja, ja, chillig. Und jetzt erstmal noch einen Tank holen und dann Gas. Ja, ich hab doch schon einen Gas. Erstmal ich's Mittellinie halten hier, Kollege. So, ich hol jetzt das Zweite. Damit er zufrieden ist. Boah! So was vom Weckerhauen. So, ich will sagen, was ist das jetzt mit dem Bunker hier? Wir hält uns nicht mehr auf, der Bunker. Schön, 200 Öcken nochmal gefarmt. Na, ha, ha. Dä, 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 dä. Da kommt die Killermasse. Traum. Noch ein Tank schnell. Ja, das ist, würde ich sagen, GG. Na, ist das schon GG? Ah, ich glaub schon. Woher, das können sie nochmal klären. Ich hol jetzt nur noch Tanks. So, da noch ein Tank. Der Tank, der Tank. Ja, der hat bestimmt schon ordentlich Kills, jo. Wann geht's los? Komm, nur rein. Ja, ich glaub, die Bombe stelle ich erst mal da aus. Ich brauch mehr Block, nämlich. Block ist wichtig. Und Block ist wichtig. Die Tanks schon gesaved werden. Oh, wurde ich auch noch mal gefangelt hier. Aber ja, jetzt gibt's hier einen Massive-Träger einfach. Geile Sache. Also noch ein Tank. Jetzt nochmal schön dahin. Steht da auch scheiße, ne? Wie mal steht der da wirklich nicht? So, wir sitzen hier alle mal schön in eine geordnete Linie. Jetzt nehmen wir die Bombe mal wieder an. Auch ein Tank. Jetzt mal das erste Angriffs-Upgrade. Und jetzt kommen sie wieder rüber. Aber noch haben wir die Mittellinie. Der belabelt mich voll hier. Ich soll mir zwei Gas holen, ne? Selbst hat er auch nur einen Gas. Ja, ja. Chill mal deine Basis, Vikings. So, wenn ich ein Cut-Mut wäre. Ja, geht doch hier auf den Massive-Air. Warum soll ich denn mir noch Vikings holen? Mal einen Angriff dazuholen. Das müssen wir ausstellen. Ja, Scan brauchen wir jetzt. Komm schon, wir fällig scannen. Kurz einmal die Bomben wieder zünden hier. Und jetzt holen wir uns... Das holen wir jetzt immer schönes. Ähm, ein paar Ghosts zum und zwar dazu. Und holen es natürlich... Einzeltarnung. Gebäude-Panzerung habe ich auch mal noch nicht, ne? Sollte ich mir vielleicht auch mal holen. Könnte helfen, habe ich gehört. Das... Ah... Ne, noch nicht, GG. Bomben wieder an. Das sind die alle schön... Boah! Haha! Pure Penetration war das. Bam! Komm, noch eine hier rein. Das ballert die scheiße Wächter. Ah, knapp. Knappes Ding. In Reichweite. Verwege. Ausgedankt und einsatzbereit. Bomben aus erstmal. An. Scan. Ja, schaffen sie nochmal. So, jetzt spare ich erstmal noch ein bisschen. Könnte mir... Ne, Benjis bringen jetzt gar nichts mehr. Ja. Das warten. Und wieder an. So, dass wir klatschen. Stehen genau perfekt. Boah! Haha! Schönes Ding, echt. Jetzt kommen sie aber mit Bauern und Brunbillen hier. Ähm. Warten wir noch eine Runde. Und dann holen wir uns... Das holen wir uns ein schönes noch dazu. Das haben sie nicht hier viel. Gut, das kommt jetzt schon, aber... Ja. Ah, sehr viel, sehr viel R. So, erstens hole ich mir jetzt auch Vikings. So. Einer geht noch, einer geht noch, komm. Nicht genügend Mineralien. Komm, weit für dich, so. Geht auch. So, Sturmmodus deaktivieren. Und das natürlich direkt auch an den Kollegen hier deaktivieren. Ah, die Tanksy-Schnitzeln hier echt. Super. Bombe wieder rein. Jetzt brauchen wir einfach nur noch Vikings. Genau, plündern und Brandschätzen wollen wir. En masse. Bomben erstmal wieder ausschalten. Er ist schon 3. Ja, klar. 3-3 hat er schon fertig. Bei dem haben wir auch alle schon 3-3. Außer ich... Ich habe noch... Ich gräbel hier noch mit 2-2 rum, weil das Upgrade wäre einfach zu teuer. Warten wir nochmal. Und jetzt Bombenzinn. Komm, genau. Noch näher ran. Näher ran. Ah, schön. Und so mehr Vikings. Ah, Tempest. Ja, geht auch. Ist in Ordnung. So, einmal Bombe. Nochmal Bombe. Und die Dinger wieder anschalten hier. Ah, jetzt schaffen wir es. Obwohl, da kommt jetzt wieder Terra... Äh, wieder Zwerg, meine ich. Ah, meine Mäle rollt ja auch schon an. Erstmal alles ausstellen hier wieder. Wollen die Bomben hier nicht... Verschwenden, wisst ihr? So, Bombe-Dinger an. Und GG. Absenken. Das sollte es doch jetzt gewesen sein, oder? Ah, noch nicht. Ah, schaffen sie nochmal. So, mehr Vikings. Ja, alle... Alles an Gas, ne? Das hat es ja gebracht. Oh, schön. Ein drittes Gas. Können wir uns noch holen, theoretisch. Ah, nee. Wir sollten jetzt erstmal Druck aufbauen. Jetzt wird geblendert. Warten, warten, scannen, Bomben an. Und die Dinger hier rein. So muss das aussehen. So, und jetzt weiter Widow-Minds-Glo... Obwohl Widow-Minds oder... Ein paar Ravens vielleicht noch. Ich könnte mir natürlich... Ich mache jetzt auch einfach Upgrade-Tier-3. Die letzten Upgrades. Und dann... Sollte das laufen. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, der hat natürlich jetzt auch eine ganz schön dekadente Masse hier. Sollten wir uns jetzt auch den ersten BC. Noch mal Baraketen hier zünden hier. Ich sehe gerade, die haben auch gar keine Ops, ne? Ich muss vielleicht doch noch mal Tarnung holen für meine Ghosts. Nicht genügend Unerade. Nicht genügend Unerade. Nicht genügend Unerade. Nicht genügend Unerade. Gehen wir doch noch mal Ghosts. Ghost zur Stelle. Und gleich die letzten Upgrades. Das müssen wir ausstellen. Letztes Panzers-Upgrade. Bombe an. Dinger an. Und scannen. Für Scannen hätte ich gar nicht gebraucht, aber... Komm, fliegt rüber. Los, go. Absenken. Komm. 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 Komm, fliegt rüber. Komm. Kann ich mir noch, theoretisch noch EMP oder sowas holen? Oder mal anstellen. Obwohl, wir lassen uns mal so angestellt hier. Oh, da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Wurden zu früh gezündet. Viel zu früh Also erst mal wir ausstellen Merkt man auch einmal Fail gezündet und schon kommen sie wieder ein bisschen nach vorne Und jetzt das nächste Gas schnell noch So und jetzt Warten wir noch Und rauf Na kommen sie jetzt aber richtig Ich hätte doch nicht GG schreiben sollen Ach mir fehlt noch das letzte Angriffsupgrade Was so Ist ja auch gleich wieder frei hier Dann kriege ich wieder Kohle Los Angriffsupgrade Das hat sich auch schon ein paar Ravens Gold Stimme werden halt richtig tight noch Nicht genügend Mineralien Blindern und Branden Jetzt wird geblendert Blindern und Branden Oder lässt es schon hart am Leggen jetzt Bei mir hier noch nicht Wie läuft es noch alles flüssig Ja da kommen die Stürme schön Ach diese Bomben ey Was die weghauen So mehr Ghosts Und dann Die Bomben wieder ran. Ah, die waren diesmal nicht so schön. Ja, wenn er jetzt lief, dann war es das. Massive Tempest, ey. Okay, ich muss jetzt die Schänder wegkloppen. Ja, auch nur drei Gas. Ah, wir haben halt einen mega guten Mix, ne? Merkt man schon. Dass die da gar nicht gegen anstinken können. Richtig geil. Ach, schon wieder ein langes Game. Ich habe zuerst gedacht, das geht nicht so lange. Ich will verdammt sein. Ich will trotzdem echt noch schön die Mittellinie verteidigen. Ja. Wir verlieren das hier nicht. Rocken-Party jetzt hier. Ich glaube, ich brauche noch ein bisschen mehr ein paar mehr Vikings noch. Die haben ja echt Massive Air. Die plättet ich hier echt gut. So, jetzt wieder mehr Ravens. Machen wir noch eine zweite Lane hinten hin. Wir werden später noch mal nachzünden. Was er hier auch alles am Start hat, ey. So viel Tempest. So, da warten wir jetzt. Die lassen wir gar nicht zünden. Ne. Oder hauen wir die rein? Ne, die hauen wir jetzt nicht rein. Wir warten noch. Mal ganz krass warten. So, und jetzt. Vielleicht noch ein paar draufgegangen, aber trotzdem hauen die jetzt richtig rein, glaube ich. Oder? Ne, war gar nichts. Fuck. Nicht machen dürfen. Die waren fehl. Das sollte es doch jetzt gelesen sein, oder? Ha, ha, ha. Ja, die stehen ja so perfekt hier. Ach, Bomben können wir direkt reinhauen hier. Oh, ne. Jetzt hauen sie die hier gleich auf den einen Uli. Das ist ja total sucky. Ach, fuck. Ah, mehr Vikings. Mehr Vikings. Boah, ist da eine fette Armee, ey. Das ist ja sowas von unglaublich. Ich muss da jetzt eine richtige Bombe reinknallen. Eine richtige Decke. So, jetzt hier. Ruff da. Ruff da. Na, da habe ich gut was. Gutes Loch reingesprengt. Jetzt kommen sie hier aber richtig. Jetzt machen sie hier richtig Druck. Boah. Boah. Schaff in die Schlacht. Hier kann ich nicht bauen. Jetzt wird geblündert. Jetzt wird geblündert. Schaffen wir dann nochmal. Bomben. Ja. Die sitzen. Die sitzen. Ja, schön, Mutti. Mutti. Sie ist am Start. Mutti. Mutti muss klären. Und was jetzt? Boah. Harter Fight. Und was jetzt? mehr Vikings viel mehr Vikings war Alter drücken die nach vorne hier kann ich nicht bauen noch hat der Nexus nichts abgekriegt aber gleich Run-Hit oder so auf dem Nexus jetzt ist es vorbei was für ein heftiges Game man Alter das ist ja wohl unglaublich Niederlage schabernack war aber trotzdem richtig übel Punktübersicht ich habe an meisten Punkte ja die Bomben die haben das wohl rausgehauen kann man ja schon sagen rausgebombt so Leute haut rein ich wünsche euch natürlich wie immer viel Spaß beim Zocken Agri out see you